schönen morgen jetzt willkommen wieder mal hier auf meinem channel der shop hat sich aktualisiert weiter geht's bevor wir starten unterstützt einen creator mit impact 82 würde ich mich freuen wenn ihr kostenlos supportet um ein schönes fettes dickes like raushauen ansonsten bekommt die fußpilz also was haben wir hier lady gaga ist wieder back on stage soweit bekannt okay einmal mit brille einmal ohne so die roppinzessin weiterhin hier dabei bis zum sechsten zwölften sind flow in fortnite ein bisschen was ausgetauscht na gut nichts neues eminem rap boy marshmallows und 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 snoopy was haben wir überhaupt was neues hier ninja turtles und ein neues emote ganz lustig irgendwie anzusehen okay barfuße mittlerinnen immer noch keine schuhe hier ist weiterhin die schuhe irgendwo auf der fordnet map verloren mal gucken was wir noch mal finden wir ein bisschen was ausgetauscht markenzeichen stil naja hier ist alles gleichgeblieben reloade team ebenso ansonsten war es das auch schon wieder pakete hat sich auch nichts weiter geändert alles gleichgeblieben so wir gehen mal kurz noch mal zum neuen emote dann würde ich mich freuen wenn ihr mit dem nächsten item shop wieder dabei seid ansonsten geht es heute abend wie und weiter mit das war's wenn raus macht dann noch einen schönen sonntag bis zum nächsten mal danke fürs zusehen ciao von au